Eintracht Braunschweig wie gewohnt in Gelb-Blau gegen die Hertha, der 17. gegen den 12. aber eigentlich ja der 2. gegen den 3. der Liga zumindest was die Tore angeht, deren 45 hat die Eintracht bereits erzielt. Die Berliner bringen es immerhin auf 41, nur Freiburg kann den beiden da noch das Wasser reichen. Dementsprechend der Auftakt, die erste Chance für die Eintracht, Mohamed Madhubi zu zögerlich. Der tunesische Regisseur, der Eintracht, vielleicht ja ein Mann für ihn. Otto Rehagel wie Kollege Möhlmann heute im Stadion, Stichwort Talentsuche. Zunächst aber beide Teams auf der Suche, nämlich nach dem probaten Mittel vor dem gegnerischen Tor. Frank Thür noch mit einer der besseren Chancen, aber null Problemo für Junghans im Hertha-Tor. 8.000 Zuschauer, darunter wie immer eine ganze Menge aus Berlin, die zunächst nicht zu beneiden waren. Die Hertha nämlich harmlos, die erste Chance überhaupt nach einer halben Stunde. Nach diesem Freistoß von Scheinhardt, Eintracht-Keeper Olli Lerch mit leichten Problemen. Berlins Fans, sie waren noch frohen Mutes, auch wenn erst einmal die Braunschweiger ein leichtes Plus zu verzeichnen hatten. Der Ball, gleich wie so oft, vertändelt im Berliner Mittelfeld. Ja und da ist da der Konter. Klasse Pass von Madjubi auf Buchheister. Der allein vor Torwart Junghans und der Berliner Schlussmann gewinnt dieses Duell. Dann Buchheister, früher der Mann im Braunschweiger Sturm, zwischenzeitlich aber als Libero eingesetzt. Es gab Zeiten, da hätte er den wohl locker verwandelt. Aber wieder Braunschweiger, Nedic, sein Pass. Ja und er soll auf Buchheister kommen, aber wie so oft zu ungenau, vier neue im Team der Eintracht. Klar, dass da ab und an die Feinabstimmung noch fehlen muss. Der direkte Gegenzug, Tanker auf D-Mann. Der sieht in der Mitte Theo Gries und der mit ganz viel Gefühl zum 0 zu 1. Der 15. Saisontreffer bereits durch den Schützen vom Dienst bei der Hertha. Keine Chance für Torwart Lerch, wie wir hier nochmal sehen. Theo Gries, eine ganze Menge Gefühl. Die Eintracht also im Rückstand, musste jetzt kommen und tat das über Buchheister. Hier ist am Ball. Bringt den Ball erst einmal unter Kontrolle. Schaut und sieht Geilenkirchen. Der schaut auch erst einmal. Nimmt Maß, das 1 zu 1, ein super Tor des ehemaligen Kölners. Von ihm sagt man ja, er habe den härtesten Schuss der 2. Liga. Die ist also eine kleine Kostprobe. Vor der Pause dennoch eine Möglichkeit für die Gastgeber. Michael Köpper auf Buch 3. Und der im Pech, in der Wiederholung, werden wir sehen. Torwart Junghans an diesem Ball noch mit den Fingerspitzen dran. Hier lenkt ihn an den Pfosten. Günther Sebert natürlich sauer, Ausgleichstreffer so kurz vor der Pause. 1 zu 1, also nach 45 Minuten und nicht nur ganz kleine Fans sollten nach der Pause ziemlich große Augen bekommen. Die Hertha präsentierte sich nämlich wie verwandelt. Hier bereits das 2 zu 1 für die Hertha. 6 Minuten nach dem Wechsel. Wir werden es gleich nochmal sehen, wie unbehelligt Basler da agieren kann. Schaut in der Mitte keiner mitgelaufen. Dann versuche ich es halt allein. Mit Erfolg die Führung für die Gäste. Uli Maslow ahnte wohl bereits Böses. Seine Eintracht in der Folgezeit völlig harmlos. Ganz gut noch diese Chance nach Freistoß von Milos Snedic. Neuzugang aus Sarajevo. Ansonsten aber Berlin tonangebend auf den Rängen wie auf dem Platz. Braunschweig oft überfordert in der Deckung, so wie hier. Ulf Mechis gegen den durchbrechenden Mike Lünsmann. Klares V-Spiel. Hier sehen wir es. Notbremse gegen Berlins Mittelstürmer. Und klarer Fall. Gelb-Rot gegen Mechis, der vorher bereits gelb gesehen hatte. Schwarzer Tag, so sah es aus für die Eintracht. Und es sollte noch schlimmer kommen. Der fällige Freistoß. André Winkold. Die Braunschweiger noch im Glück. Fünf Minuten vor dem Ende. Hat aber auch das ein Ende. Braunschweig mit Mann und Maus im Angriff. Räume zum Kontern für die Hertha. Genutzt vom Mann mit der Nummer sechs. Marco Zernicke. Ein klasse Tor. Das 1 zu 3. Die Entscheidung hier in Braunschweig. Noch einmal. Auch hier. Da passte wirklich nichts mehr dazwischen. Zwischen Ball und Pfosten. Herthas Anhang überschwenglicht. Ja und die Braunschweiger traf es denn noch ein bisschen härter. Minuten vor dem Abpfiff. Diese Unbeherrschtheit vom Buchheister gegen Berlins Lieberot. Tanker. Der Tritt in den verlängerten Rücken. Klarer Fall für Schiri Lange aus Kassel. Rot Platzverweis gegen Buchheister. Bitter für Braunschweig. Für Berlin geht es weiter aufwärts. 11 zu 1 Punkte jetzt in Folge. Glückwunsch nach Berlin.